Mein Erholung hat er eigentlich nicht sehr viel. Er geht relativ früh schlafen. Die einen meinen, er ist ein Nachtarbeiter, das stimmt nicht. Er geht früh schlafen. Die anderen meinen, dass er früh aufsteht, stimmt auch nicht. Also er braucht relativ viel Schlaf. Und das andere ist, dass er auch weiß, dass er Bewegung braucht, dass er Wert legt auf seinen Spaziergang täglich. Die Spaziergang wird ausgefüllt mit dem Rosenkreuzgebet. Aber er möchte gehen und dabei beten, aber auch sich unterhalten. Und dann die Ruhe, das ist das andere.